Staatspreis Erwachsenenbildung 2017 Nominiert in der Kategorie Qualitätsentwicklung Forum katholischer Erwachsenenbildung in Österreich mit Marke Elternbildung Seit über zehn Jahren werden in einem laufend überarbeitenden Qualitätssicherungsprozess Standards für die Elternbildung definiert. Die Marke Elternbildung ist ein Modell dafür, wie es in einem Verband mit über 70 Mitgliedseinrichtungen möglich ist, trotz unterschiedlicher Zugänge und Voraussetzungen gemeinsame Qualitätskriterien zu entwickeln. Die Mitgliedseinrichtungen verpflichten sich freiwillig den Standards der Marke auch über bestehende Qualitätssicherungsprozesse hinaus. Die Vergabe des Qualitätssiegels erfolgt für jeweils fünf Jahre auf Antrag. Ein Gremium überprüft die Einhaltung der Standards sowie die Anpassung an aktuelle Vorgaben. Die Marke Elternbildung wurde seit Bestehen schon dreimal an die jeweils neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Bereichen Pädagogik, Andragogik, Didaktik, Methodik und Qualitätsmanagement angepasst. UNTERTITELUNG